Ein herzliches Grüß Gott aus Bayern. Wir sind sehr stolz, zusammen mit dem Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft hier bei der E-Learning Afrika 2022 dabei sein zu dürfen. Wir in Bayern sind bereits seit Jahren eng mit Afrika verbunden. Wir haben ein Afrika-Büro in Addis Abeba und fördern mit unserem bayerischen Afrika-Paket besonders die Entwicklung junger Menschen. Wir wollen vor allem da unterstützen, wo unsere Kernkompetenzen in Bayern liegen. Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft. Der Bavarian Digital TVET Hub for Afrika ist ein Projekt zwischen dem Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft und der bayerischen Staatskanzlei. Der Hub for Afrika ist eine bisher einzigartige, innovative und kostenfreie digitale Plattform zur Informationsgewinnung und beruflichen Bildung in Afrika. Für junge Erwachsene aus ganz Afrika gibt es hier umfassende, mehrsprachige, kostenfreie Angebote von der Berufsorientierung bis zur Berufs- und Weiterbildung. Der Hub for Afrika möchte zum Lernen, Mitmachen und Vernetzen anregen. Die bayerische Staatsregierung stellt für den Hub über eine Million Euro zur gezielten Förderung und nachhaltigen Entwicklung Afrikas zur Verfügung. Wir wollen, dass gerade junge Menschen greifbare Perspektiven in ihrer Heimat finden. Bildung heißt Chance auf ein selbstbestimmtes Einkommen und Leben. Besuchen Sie uns auf hubforafrika.bayern und unterstützen Sie dieses Ziel.